Diese, wie sagst du es immer, Wandertheater-Umsetzung dieser Oper, es ist ein wahnsinniger wichtiger Bestandteil, dein Ümbild und deine Kostümbegriffe. Vielen Dank, Markus Lümpfer. Vielen Dank, Markus Lümpfer, und die Redenskur, war auch in meinen Händen, sozusagen an deiner Seite, an der Seite vom Regie-Team. Gut Gruß, vielen Dank, gut Gruß.